Gaut, wie bellen wir mal eine Wohnung machen von dort die Feierwerkhäuser oder Feiermahlhäuser in den Klassen. Und das brauche ich gewöhnlich zum Anfang uns zu erklären, dass die Meier ans Ende Leben verstehen. Besonders in dieser Klassen ist das natürlich, dass wir uns ertanen werden, wer wir sehen. Viele von unsere Troubles und unsere Leben haben zu tun, dass wir uns selbst nicht haben. Wir leben nur so gewöhnlich wieder, als wir aufgetragen sind und leben da werden. Und wir sind so, dass wir die Transformation haben, was wir nennen, die wahrer geworden sind. Aber unsere Wohnung, wir können verschiedene Namen nehmen, die beleben nicht, dass wir die Bibel wirklich an das Lernen haben, wenn wir uns selbst nicht haben. Viele Menschen versinken, aber erinnern sich, seine Interesse zu sein. Sie versinken, sich selbst durchzuschlafen, wenn wir uns selbst nicht in der Bibel verstehen können. Und es ist wahrscheinlich einmal so, dass sie blieben stecken da werden. Sie sind Finger nicht drauf, sie sind Finger nicht drauf. Und hier habe ich ein bisschen Bild gemacht, was ich gerade holen will, dass wir sämtlich feier Menschen sind. Gott hat uns wunderbar gemerkt. Er hat uns anders gemerkt aus den Tieren. Und er hat uns in den Tieren. Und er hat uns in den Tieren gemerkt für diese Welt. Das sagt die Bibel. Dass wir für diese Welt in den Tieren haben. Er wird hier bloß durch diese Welt gehen, denn er wird sterben unter ihr geworden. Und wir finden dort in der ersten Mose, Kapitel 2, Vers 7, dass ein Tieren wird von ihr gemerkt. Ich verstehe dazu, dass es in ihr Klüter war. Und das hat Gott genommen und hat einen Mensch gemerkt davon. Und ich wundere mich noch, ob es in den Tieren weiß, von ihr, der zu merken wird. Es ist ein Pott von ihr. Und auch nicht, wie wir verstehen können, dass er uns kärper ist, eigentlich bloß für diese Welt. Und dann haben wir uns selbst hier, vorhin auch noch geschrieben, dass er ein Seilische Pott hat. Er sagt, dass er ein Seil ist, und das ist ein Seil ist. Und das braucht wir zu verstehen, dass er das ist, als alle Tieren haben. und diese Tieren stehen, die Tieren werden stge近. wegen des SeilDeares. und die Tieren werden berichten. Und zusätzlich, dass wir die Tieren traversen taxiности in den Tieren um in den Menschen zu deutlich machen. Die Tieren werden st transitions und butter. Was haben wir mit dem Mann? Wir haben eine andere Betechnung als ein Mensch. Woran? Wenn die Menschen eine lebende Säule haben. So sind wir geboren worden. Die Menschen haben geboren, ähneln sich mit jeweiligen Tiere geboren. So wir haben eine Ähnlichkeit, was wir haben als ein Ding, was wir in der Säule fahren können, was wir anders sind als Tiere. Wir haben eine lebende Säule, was wir nicht beginnen, als Tiere zu haben. So diese sind wir in der Säule, wir verstehen, was wir wissen, was wir haben als ein Weibung im Ding, was wir haben, was wir haben. Und dann haben wir uns eine Säule zu sagen, wo wir funktionieren können, wir haben eine Gemeinschaft, wir haben eine Gemeinschaft, was wir Menschen haben, was wir haben. Wir haben die Menschen nicht mehr, die sind nicht mehr, sondern wir haben eine Däupere Gemeinschaft aus der Tiere. So das müssen wir verstehen. So das müssen wir verstehen. Nächste Ding, dann finden wir den Reimrach verschwiegt, dann finden wir noch zwei Sorgen, was beides nicht der Säule ist. Hier sagt man, dass wir das Fleisch nicht essen, das Fleisch nicht gesund. Es wird nicht überlegen, sondern wir wollen sie ihn biszubilden. Also das Fleisch nicht will, sondern wir wollen ihn an. Was nicht so gut. Aber das ist ein Fleisch nicht. das ist ein was was w 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 Hundert so hecker. Ich sehe ein so ein gode Ding mit Jamal, dass ich das sage. Das ist was ich viel finden, an mich. Ich höre so viel von mich, dass ich mich selbst veracht. Ich nehme das ein verstärkter Hüge nicht. Das andere Ding ist Jitzig. Oh, wie sage ich, die sind so ein gode Lieb, von wie wir handragen, das ganze Land vor dem, was wir von mir nicht gesagt. Wenn wir so sind, dann muss es, und dann wird die andere, aber dann schauen wir, das ist doch ein hofer Tag. Ein hofer Müt, wo das ist, ein Jitz, wie kleine Tag, das ist was viel stehen passiert. Und dann geht es, und dann geht es, wir melken ein Rüm, für uns. Oder immer mein Post, nicht bloß dort. Ich gebe Rüm, und ich weiß, was ich sage. Ich will nicht bloß meine Niete in bedrag nehmen, denn ich kann doch nun gerade das selstchen, was ich kurz erkläre, wie wir bei uns sind. Ich will das gleiche menschlich, genau. Aber wir meinen ja, dass es wird, meine Niete Brücke, weil wir uns sind nicht haben. Aber wir werden nicht gerne, als das wird, bloß meine Niete. Das ist mein Mensch, Fleisch für die Mensch, das ist das Job. Und dann wird von der Roswege, auf das Trommel, als ein Mensch, wenn die Fleischlich sind. Das wird die letzte Zeit passieren. Höchmittig. Höchfertig. Höchfertig. Was meint er Höchfertig? Ha, dort hat die auch sagen, wir müssen sie ein Duimütje kleben. Und wir gleiche wollen, wie die Zeit, die Zeit, was Duimüt hier. Und wir haben die anbieten, was kein Höchmitt mehr. Wo ist Höchmitt? Wo ist Duimüt? Warum, ein Fleischlicher Mensch, das ist, wo er auch mit Hüschelt hat? Das ist ein Wort. Läster ist eigentlich, das ist was wir hier im Wort. finde ich dort, und johans, gode Menschen. Läster, geht sich selbst nicht. Gott läster, noch, das dauert mich. Menschen läster, noch, das dauert mich. Aber wo es kommt, die nächste ist, da rede ich wirklich von. Und ich denke, ich denke, ich denke, wie Jan hat ihn, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, wie viele Leute, sie eigentlich beijerstert, wenn man andere Menschen, wo es schlecht, die sind, und wenn man nicht, dass sie die andere sind. Die äldere an die Wurzeln. Oh, ich habe viel gelernt, dass alle äldere Wurzeln sind. Aber von äldern, wo eine äldere Wurzeln sind. Das ist eine gute Sehung verspricht, für die Kinder, wo die äldere Wurzeln sind. Aber angehörsam, die äldere Wurzeln sind, die äldere Wurzeln sind. Das ist, was die Trommel haben. Und so ein Ding passieren, von der Aufwärmung. Und dankbar, die Menschen sind nicht zufrieden, sind nicht dankbar, das ist ein Ding, was ich viel möchte an mich. Wo hat das uns die erste Vertrauen, wenn wir sind? Warum? Wurzeln sind nicht zufrieden, wundervere Wurzeln sind nicht zufrieden. Dann haben wir Wurzeln gesprochen, wenn wir in einer Wurzeln sind. Das ist für Wurzeln, Wir denken gestrichch, wir denken natürlich nicht zufrieden, denn wir haben viel für den Verräter. das ist ein Ding, was passieren wird. Frevler, das wird Frevler erklären, was ich erklären habe, das wird Frevler sein, das wird ständig wüsste, habe ich fünf Kollegen, fünf Nöbers, fünf Partner, wie ich einmal zu schritten habe. Ich blöse mich ab von das. Das wird mir Gedanken geben. Weißt du was, das letzte Ding sagt es, wird die gleiche, die Weltlust dollen als Gott. Das ist was ich verstehe von Jesus Gott, ein Welt, an wo wir waren ankommen. Und ich glaube nicht, dass ich wieder auf noch ein großer Stad denken würde, was passiert. Und ich glaube nicht, dass ich denke, dass ich bloß noch nicht denken würde, was passiert. Ich glaube nicht, dass ich wieder denken würde, was passiert. Ich glaube nicht, dass ich wieder auf die Welt ertannst du von des Trübel, dass du selbst, diese Welt, an die letzte Zeit, die man zu tun hast. Dort, wie du eigentlich etwas twierdelt haben. Was meint das hier? Meint das, dass die letzte Zeit, mein Sohn schreit über die Zeit, wo wir ihn ankommen? Nun, der 5. Versuch erklärt, und das würde mich besonders als Christen denken. Und das kann ich nicht bloß meine nicht mehr annehmen. Die ganze Christen haben auf die Welt. Fing wie das. Die haben entschieden, so dass sie in Götsel getwesen sind. Was meint das Götsel getwesen? Die haben entschieden, so dass sie in Götsel getwesen sind. Aber die Kroo, die verlesen. Was von einer Kroo? Diese allmache Kroo, was wir durch diesen Helden gehst, und uns nennt, gegen uns, was wir verlesen. Viele Menschen, die sagen, Jürgen sind Christen, ob wir zusammenfassen, die in Kärchen hier leben. Wenn es dann, würde ich etwas tun, uns noch mal, die erklärt mir mal, was die Bibel seien, die fragen von dieser Kroo. Er sagt, wenn wir auf den Bach geschlagen stehen, dann soll der andere Bach anrechnen. Und dann sagt er, die nächste Verse, was er braucht, ist, Jürgen, er soll ja ausnehmen. So, wenn er in die Bach, hat die Hand geholt, dann darf er auf den anderen. Und wenn er auch nicht schockt, dann darf er die Regierung, das soll ja ausnehmen. So, war er, das nicht eine Ansicht, etwa, wort es falsch erhebt, meint. So, wie viele noch, Meurerin, so ein Leben, dort soll Gott sein gelopen, wie vorher, tut ihr weg. Und wir geben es, ein Goa, eine Kostnähe, überwärtig die Kroo, wort die Brücken, damit in, Lust zu kommen, von unseren Träuern. Doch, verlieben, muss uns wollen. Wir sagen, Jo, Jo, Gott kann nie los halten. Ja, Gott hat, mindestens alle betont, Jezus hat, vom Krieg, gestorven, von mir. Ob er direkt dort leben, nicht an, zu warnen, nicht an, verlieben. Doch, dort ist die Tief, wo wir von der Menschen. Das ist, was ich finde, wo wir wirklich mit denen haben. Wir streben. Das Bild habe ich gemult als ein Zweifel, das wir haben, wo wir uns nicht mehr trage finden. Das Mann, das ist eine Hand da, und das ist die andere Hand hier. Und er hat gesagt, ich gucke mal, was ich von Trübel habe. Ich weiß nicht, wie die Mann das macht. Ich weiß, wie sie es die Kostens hat, ob ich sie nicht klar hatte. Wo kann ich auch sagen? Wir würden gleich gehen, um Gott anzupacken, aber wir würden nicht gleich eine Lust geladen. Weil, deswegen heißt er im Mund, es wird sie nicht an, wobei kaum seid, bereit zu sein, an diesem einen Paar der Belegung habt. Aber wenn es Römer selbst klar sei, die erste Frage, dann ist es unmöglich, um Gott anzupacken, solange wir uns zum Teufel holen. Wir brauchen den Teufel Lust geladen, dann kann ich einen Garten aufholen. Du redest von dieser Frühe. Er braucht das zum Beispiel, er sagt, je weit wie er wurde gesaß ist, und er sagt, so lang als eine Frühe, macht ein Mann befrüchte, dass sie noch Gott sind gesaßt, noch verbungen, so lang als die Mann liegt. Und wenn sie dann, noch ein anderer Mann geht, ver das Mann gestorben hat, dann ist er ein eigenes Mann. Und das ist vielmal, was wir proben, ernstlich. Ich finde, dass viele Menschen, die proben das. Die sind noch befrügt, mit dem Englischen Mann, und er versucht, um den Nächsten zu gehen. Und da hat er ein eigenes Mann. Und er sagt, wenn die Mann gestorben ist, dann ist die Frühe fried, noch ein anderer Mann zu gehen. Und das Ganze, was Ihnen vertelt von der Frühe, als ein Bieter, wo er erklärt wird, also, mein erster Mann, wie er den Teufel, dort wie er mein Haar, meine Leiter, den werde ich ungenun. Der ist weg, der ist mein Fleisch. Das werde ich dem ungenun. Und solange als ich den Mann habe, kann ich nicht, nur Gott um. Ich brauche dem loszulopen, weil er gestorben ist an mir, dann kann ich, nur Gott sie gesatzen, und ich will, ich will, ich will, ich will, erkläre, das Gesatz, als Jesus dort schafft, wie kann er uns versichert werden, ob er, dort wird nichts zu schaufen, als die Menschen sagen. Er hat uns Frieden, Frieden, Leiden, all diese Dinge verspricht, ab wann die nur sie gesatzen, so dass Gott die Klang hat, wo er denn, und dort wird nichts zu stoppen. So Menschen sagen, nicht persönlich, von Mann und Frieden. So sagen, das ist besser, die gehen nicht rein, als dass die Sankende. Mhm. Das ist besser, Mann und Frieden, gehen nicht rein, als dass sie Sanken. So, wenn wir wählen, Beda nehmen, dann, gut ist nein. Das ist was Jesus dort. Und dann, wenn ihr für den Einsand, dann sei es im Verrsch, wo er zeigt, das ist besser, zwei, als eins. Du hast Beda, die Befristie, das ist so viel Beda, von den Partner hast, wo die Kosten, was die Menschen haben, aus der Leinblieben, einmal lieben. Wir reden von Beda, aus Gott. Gott. Well, Gott sieht, wird sagt, sind die Sankt, als vorher. Er sagt, wir können doch nicht tun. Was haben wir nicht tun? Wenn wir dann waren, und wir seien nicht, wenn Sonnen, Sonnenstatt, Sonnenstatt, sich frech gebriebt, dann sind die Sankt, die Sankt, die Sankt, nicht. Und wenn die Sankt, nicht. So, wie man sich überchecken, aber die Sankt, darf man gehen, dass Gott darauf schaue. Das wollte ich denken. So, wie kann er Gott durch wahrnehmen? Gott sieht, weil er abliefd war, und dann wird, wie man das tun. So ist es gerade mein Angst, wenn wir, noch nicht im Teufel loslaufen, und wir wollen, wir sind zwischen diesen Teufeln und den Teufeln Und dann checken wir die Bibel, und die haben mich versprochen, ich war froh und fertig, das kann nicht passieren, wir brauchen den Schlossgelotten. Das ist was die Bibel sagt. Wir brauchen den Schlossgelotten, ein Eier, wie sie sehen und wie keine Habe. Das ist gerade sie in ihr Salz. Und so sind da viele Dinge. So sind wir uns drüber. Ja, wir wissen nicht alle, was wir sagen. Ich sage, ich sage, ich sage, ich bete über die Habe. Und da fällt ein noch wahrer Wanne. Wir müssen verstehen, dass wir die Triebel geist werden. Und wenn die Triebeln gelaufen sind, wo wir siehltz nicht schaffendern, das wir beenden, hocken und anzheimen. Wir brauchen die Lüfte, hocken. Das ist gerade ich. Ich sage, dass wir die Triebeln kommen, wenn wir die Triebeln kommen. Wenn wir die Triebeln kommen, wenn wir die Triebeln kommen, wenn wir die Triebeln kommen, dann sind wir nicht. Wir sind nicht immer leid, wir sind immer leid, wir sind nicht immer leid, wir sind nicht immer leid. Und wenn wir die Triebeln kommen, wenn wir die Triebeln kommen. In das Vertwiebel der Glauben, dass wir sehr viele Menschen werden abwunden haben, wir finden das auch noch an Galater 5, 19, 21, das ist was die Kostbrücken zum Briefen. Galater 5, 19, 21, das sind die Worte, was verlegen, dass Gott seine Kraft uns loshält von Problemen. Berge des Fleisches, sagt das. Das ist was ich glaube, dass wir Menschen mit der Kostbrücken haben, dass die Worte, die Berge des Fleisches, nicht auf die Rückkommende des Lebens. Ich glaube, ich glaube, dass die Mom sagt, ja, ich habe Probleme mit der Worte, ich schaffte sie auf. Das ist schon. Der Worte, das hat uns geholfen, das hat uns geholfen, wenn wir mit der Kostbrücken haben. So, wenn wir dann kontrollieren, dass wir uns geholfen haben, dann wo wir die Worte, und wir kennen nicht alles kontrollieren, dass kein Mensch auf diese Welt, wo alle Menschen kontrollieren kann. Alle Tieren und alle Worte, alles, alles. Das geht euch. Und wenn man auch geht, was dann? Dann folgt er einen Worte. Und die schaffen man dort, wie wollen wir das Böse nicht wachten. Das ist es mit der Lust. Das sind Menschen, die haben die Lust. Und sie wollen die Kontrolle. Und sie wollen die Böse nicht, weil ich Lust in den anderen Kroos, doch Böse nicht, meine Frau. Ich will das von Lüse. Und ich schaff mit Gott. Aber das ist das nicht auf die Worte. Das schaff ich zu einem. Ich bechaubere mich, meine Frau. Und sie, ich will nicht, meine Frau, so ist das. Aber ich fattere mich, meine Frau, so ist das nicht auf die Worte. Und so, vielleicht kommt er dann wachsen. Und ich grebele da und stelle dich an und biete mir. Und ich komme und denke, dass der einzige Gedanke ist. Der Gedanke ist ja in die Garten. Nein, ich schaffte mich, Gott, hilf mich. Wie man die Kloa hat, wenn wir nicht gestorben sind. Wie man die Kloa hat, wenn 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 man mal die Kloa hat. Also hier steht, das ist bete, die du mit der Frieden einwohnen aus Sachen. Weil, solange wir bloß meten da, wenn man bete ist, ah, du hast auch viel bete, da hast du sechs gedanken, aus drei Tonnen, woher ich bin. Das ist bete. So, dann lasst du da, woher ich tauchen, und hier ist ein Pornografie, dann, dann läst du sie dort an. Dann stieß das immer wieder bete, aus woher ich bin. So, wir meten, und wir bleiben dort an, für Zweifel. Wir brauchen die Betagungen, wo man ans Glauben ausstaat. Das ist ein Wort von der Fleisch, das war ans viel steter Binge da. Wir erzählen nicht, dass wir direkt gestorben, woher zu tun. Das Beispiel von Janis in Jambres, was zu Moser die passieren, das sind wir mal einladen, wir auch vertweifelt, aber ob das der Hepatis, dass Moser die Kahn anleidend hat, und sie wollen direkt nach Ägypten. Und wir wissen, was wir immer noch sein. Und an sie trübelst, aber ein paar Jahre zu entweilen, weil, wenn wir alle Menschen nicht halten, bloß nicht guter Riechen, wenn wir eine Brünnere Fietechen haben, dann werden wir alle hier, wir wollen direkt nach Ägypten, wir haben die Gewalt, wir haben nicht immer gekost, so wie viele Menschen waren, die sind vertweifelt, und wir glauben, weil wir mehr alle Reine schalten, alle meine Verzeichen, ich sehe uns haast dich nur. Und noch einmal trübel ich mit den Selbstgezindern, wir haben wir vergeten von dem Leben, das wir gut haben. Nicht einmal das in Kahn. Das ist was diese Jungs von. Wir haben wir mal ab hier, mit hier in der Wiese zu sein, und drei Wochen werden gut gehalten. Da werden sie gefangen, von der Teufelgemaag zu sein. Und wir kommen nicht da, das ist ein Wort für Fleisch. Zweite, die mit erst drei Wochen nehmen. Diesen Menschen waren in der Lange nicht drüben. Er hat die Wort auf den Waldwerk. Das ist was die Testaments sind, und das ist was wir machen. Und Menschen waren in diesem Betwiebeln, die Worten auf der Lange nicht mehr. Die Tour hat die Wort auf die Menschen, wer sei, und verraten die Sand, und das ist ein Zweifelgehn, die Töchstung. Die haben verschädete Jäden. Und nicht nur das Jäden, die haben verbeesteten Sand. Dort haben wir die Worten, die Zweifelgehnung, wo kann ich da und wo kann ich nicht. Und das Sandmännchen, die versägen, und holden Christus sind. Dort wird ein Weißen-Bedtschweinung, wann ich Weißen-Nur-Tchweinung vor. Und ich weiß, dass es am Aller sei, die sind sind dringend, die acht-jährige Jungs, all Weißen-Nur-Tchweinung vor. Wann an anderen, wo alle haben die Läden, aber Weißen-Nur-Tchweinung vor. Warum? Und das Sandmännchen-Nur-Tchweinung vor. Die Vorten-Nur-Tchweinung. Witte was, Gott-Nur-Tchweinung vor. Wann nicht nur halten, wann heilich, wort man klar hat, am Wortschweinung. Wie seien die Vandelsch in die verschiedenste Gruppen an unsere Gemeinden zu sein. Und was do we go about? Wir haben einen Kleenbetschen in der Niederlande und da sind verschiedene an unsere Gruppen. Und ich rede nicht von den lief Christen, ich rede von uns so genan die Gemeinden. Das ist wie auf der Plottschweinung. Was finde ich von der und der Gruppen? Die sind all aber so am Gott-Zoll-Ges weisen zu weisen. Aber erstens den und ich will das Ding was sie mit Verwiesen wollen nicht verachten. Ich will mal nantrecken und wo ich wie die Namen doet. Und wir können so leicht in eine Gruppe nach die andere gehen, in eine vorige Gruppe nach die andere gehen, und das selbe Ding passiert in Hans, wann in eine andere Gruppe geht. und ein aktor, welchen wir euch verachten, aktor, wort es doch von der Gruppe? und so wenn sie sich weit von der Gruppe der heisst, ah ja ok, dann wird es wie er ist. und wir können nicht die Gemeinschaft gehauen, bloß gepräft von der Gruppe gestehen. das war ein übel, das denkt, wo wir viel mehr vertwiegeln, und so manche sind so gut da, na, glücklich ist doch in der Gessel die gemeint. Jetzt sch怕 ich mich so die gemeint, wir haben nun nur einen Grund kommt, wort es die Läden Division abschelt, wo wir da haben. Oh, ich schaue die Leand, ich schaue meine Frau und ich gemeint so voran, ich schaue du wir schlau, nach bei Christus, der Topfers. Nachher alle, checken we die Jugend, dann geht ihr daa und das ist die ganze Gemeinschaft. Wenn man die Jugend hat, was hat er für Jugend? Wenn man die Jugend hat, hat er schon von der Elbe. Dann weiß man, was er von der Globen hat. Wenn man das checks, wo die Elbe hat, dann weiß man, wo die Jugend hat. Dann weiß man, wo die Jugend hat. Dann weiß man, wo die Jugend hat. Wo sind die Ergänze? Wenn man schaut, was er dann plantet. So habe ich den Griechen. Wenn man die Verrückisch checkt, dann begann. Er wird jetzt, was diese Menschen findet. So kann man die Verrückischung leben. Aber ich habe wirklich im Moment, wo Gott durchgegangen hat. Weizen? Doch ich will ihn erklären. Ich will die erdecken, wie er wirklich an den ersten Mauern herausführt. Wenn wir wirklich an den ersten Maun her losgeloten, dort hast du, wie wir, nur den zweiten Teil, wenn du gestorben hast, das mag nicht bloß ein bisschen losgeloten, dass ich das vielleicht hier schaue. Triebe der Maunke. Checken wir, wenn wir da drüben werden. Sie werden gestorben. Dann kann ich mit dieser Gruppe-Geschichte wiederholen. Wirklich Christus in Blut, der ich den Glauben angehe, dass Christus es, was uns losmacht von Sünden. Und dort der Lust merken, wenn wir das im Glauben annehmen, das ist ein Geschenk. So ein Mensch ist das zu einfach. Dort wird mich bloß vergläubt, dass meine Sünde sind verjagt. Aber das ist dort, was uns los hat, das ist ein Geschenk. Und da sind Menschen, die werden vertwiebeld, von uns abends heute nach Heiner, die heute alles vertraut. Und da haben wir nach Kareksemängs hier. Ich sage, ich kriege doch nicht. Ich sage, danke schön, dass ich das sätze. So ein Mensch, die holen sich um dich zu schauen, na jo, ich habe alles vertraut, so dann ich habe alles vertraut. Aber das sagt, ich sage, ich brauche das, was ich habe. Ich habe alle meine Sünde alle vertraut, und das sagt, ich habe alles vertraut. Ich habe die Warte, ich habe die Warte. Ich habe die Warte, ich habe die Warte, die ist ein Geschenk. Ich habe die Warte, ich habe das geholen. Ich habe die Warte, die ist ein Geschenk. Ich habe die Warte, ich habe die Warte, ich habe die Warte, und ich habe die Warte. Das wird ich nicht beziehen. Und ich darf sein, dass ich wohl, ich bin heute. Und ich habe kein Junge aus beziehen. Und ich habe kein Paras an den beziehen. Und da dreht mich jetzt, ich schrei das nicht. Ein paar Mal in mein Tag, ich wusste, ich bin nicht verloren. Beziehen halt nicht. Ich will meine beziehen halt nicht. Das täht nicht. Und ich fühle mich rein ganz umhängen. Ich dachte, für mich, es scheint genug, so und ich sage, wie ich bin drei Mal. Ich frage mich. Annhalt, was ich dort? Dich bin mir? Passt mich noch mehr. Ich habe dich. Ich habe mich mit Jesus. Ich habe mich gehört. Und ich sage, Gott, was ich bin mir? Ich bin mir. Mein Vater, kann ich nicht mehr gemacht für mich. Mein Vater ist auf Jesus. Aber ich habe ihn an die Dreh. Ich habe ihn gesagt. Er sagt, dass er ihm ein Wort so verlangt hat, um ihn zu haben. Und danke für ihn nicht, das ist eigentlich das. Alle Zünden, alles was er hier getan hat, die kost niemals, wenn ich hatte, die braucht es nicht. Die braucht es nicht. Da geht es mir vor, dass ich das so, wenn ich dann nur schweile kann, wo Gott weiß, was ich will, was ich will. Das wird immer darauf, wenn sie nicht erreicht hat, war mein Friedhof. Ich muss sterben zu den Augen, ich muss sterben zu den Sinn, und ich muss sterben zu den Eindgeleiten, wie ich mit dir. Mein Name muss Gott sagen. Vorab, wenn ich ein Weg vertalte diesen Zeugnis, die wir im Zentrum neu gebracht, dann sagt er, ich muss bloß, alles losloten. Das war er. Und er vertalte das so. Er sagt, wenn ich mir einig, wenn ich mit mir an die Trubel bin, die Trubel und Fritur. Und er sagt, ich muss nicht mehr die Trubel noch losloten für drei Monate. Und er sagt, ich muss nicht mehr die Trubel noch losloten für drei Monate. Und er sagt, ich muss nicht mehr die Trubel bis ich mit einem auf die Trubel auf dem. Und er sagt, ich bin nicht mehr von einem von der Welt. Und wenn sie im Zentrum gehen, dann machen sie die Pause los. Und sie gehen los. Und sie weiß nicht, wo ich vor. Dann gehen sie noch hin, wenn sie stehen, dann klatschen sie. Ich muss alles lösen. Ich konnte nichts tun. Dann sagte ich, fährt auf meine Frühe. Ich bin dort und dann klackst du Schluck. Dann geht er zurück. Meine Sprühe muss nicht öppelösen. Danach habe ich nicht von Schlucken. Dann bin ich mit einem anderen Stand gekommen. Dann sagte ich, fährt auf die Tür. Ich schreibe, Gott. Halt mich. Dann sage ich, ich lasse mich nicht durch. Dann muss ich noch diese Angst loslassen. Ich konnte mich nicht durch. Ich lasse die Tür los. Das war meine Hilfe. Das war meine Hilfe. Ich komme mit einem anderen Hand. Dann schreien wir die Hilfe. Und das war meine Hilfe. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Ich musste mich für dich wissen. Ich hatte niemandem so gedacht, mir fehlt dir. Ich habe mir fast. Ich war mir frustre, aber was ich halt? 私 hat mir Schleswig-Horl gew 선. Ich habe mir die Helfgut geschlossen. Ich habe mir Paus geschlossen im Frauen und mich nicht versprochen. Und ich habe mir eine Leukheit geschlossen. Ich habe es geschlossen den Dörren. Ich habe es auch noch geschlossen. Aber das ist das, was der erste Mann getötet. Das ist das, was der erste Mann getötet. Was haben wir in uns leben? Vers Drittchen sagt, Wundern, 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 Menschen, Wo habe ich mich immer noch? Wie viele Sünden sind da noch, die ich nicht weiß, was ich mit dem zu tun? Sind ich an die Gott gebungen, oder sind ich an Christus gebungen? Sind ich an meine Frau gebungen, oder wo habe ich meine Hoffnung? Was ist mir das Wichtigste? Oder sind ich noch an meine Einung gebungen? Das sind viele Menschen die sagen noch, dann verliere ich ihn haben mit Allah. Er kann das nicht loslassen. Was sie gewandt in den Konflikt zu leben, oder in der Freude? Das stelle ich nicht lebe an, mit der Bibel, oder stelle ich an, mit der Angebung. Was essen die da? Was essen die in der Kolonie? Was hast du der Genome anbetrattet? Wo hast du die Leute falsch mit? Paulus sagt, dass die Matthäus, die in den Allverfass, du bäst meine Leer noch gefällt, du bäst meine Meinung noch gefällt, du bäst meine Glaube noch gefällt, und du bäst meine Leer noch gefällt, du bäst meine Leer noch gefällt, du bäst meine Meinung noch gefällt, du bäst meine Meinung noch gefällt. Du bäst deine Leute nach oben. wir bäst meine Leute, wenn wir an Christus sind. Und das ist was wir hier noch. Auf verschiedene Wege, som du in den Dreck von Menschen, was du in den Blöds von dem Konflikt war, fäde ich mich noch gefällt. Paulus sagt, du bäst, du bäst, du bäst, du bäst, du bäst, du bäst. Und das war ich noch meinen, so tun Sie, wenn Sie dann von der Herrsch, du bäst, Sie fäähl von Ihnen, hier ist ja klaus, hier ist ja klaus, hier ist ja klaus, aber da ist ja klausch hier ist mirllett. Die Herrschilden tieck dich nicht nalthus. Wenn Sie sich nicht entsprechen, aber noch die Helleschirte bäst, diese sind ja von sie verbreitet, der Herrschild, Der ist hier im Glauben an Jesus Christus. Wo ich erst vertalte, muss losloten. Losloten und am Glauben Jesus Christus haben wir gegeben, das, was wir brauchen haben. Wenn es alle Schriften von mir im Bibel lesen, die sind gejäft von uns, von mir, von Verbeten, von vollster Warn an Gott, der ist uns gejäft, um uns Stufen, der ist gejäft, um uns zählte, tode gerachtigte. Dort wird er jaß, dort wird er ja wie die Brücke. Und weißt du, dort wird ein vollkommener Mensch.